ich möchte nur mal festhalten wir haben heute den dem vierten mai und es schneit und alles ist hier weiß ist es nicht cool wahnsinn wahnsinn ich weiß das darf man nicht sogar schnee auf der straße schon ein bisschen und ich habe noch winterräder und wir haben in minus ein grad ich will noch mal vierter mai 2009 10 mann 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 das gibt es doch gar nicht so freunde jetzt noch mal kurz was von mir persönlich ich weiß nicht was das für ein video ist ich habe einfach mal aufgenommen ihr seht es schneit ja ich fühle es schneit und ja wir haben heute den vierten april ist schön krass ja ich war ein krass litze in der tschechei und jetzt war ich wieder nach hause ich war jetzt noch mal in mcdonalds fahren und mir noch zwei bürger gönnen und dann war es das für diesen video kurz aber knapp ich wollte kein video machen weil das wetter so scheiße ist aber bei dem schnee hier hätte ich doch meine andere kamera mitnehmen sollen so bin dann mcdonalds angekommen und es jetzt erst mal was übrigens mcdonalds auerbach auch wenn man nicht viel sieht und ich meine scheibenwischer nicht ah gut sieht man auch nicht viel mehr egal dass ich euch noch ein schönes wochenende und und dann seht ihr irgendwann. Ciao.